Herzlich Willkommen zurück auf meinen Channel, liebe Leute, ich begrüße euch natürlich wieder recht herzlich hier auf meinem Channel. Was gibt es Neues zu berichten? Ja, Leute, Pfingstwochenende steht vor der Tür und es gibt Neuigkeiten rund um Call of Duty Black Ops 3. Ihr habt die Möglichkeit, diesen Shooter, diesen Teil kostenlos über das ganze Wochenende spielen zu können. Das wiederum heißt für uns alten Veteranen, ja, viele Kiddies werden sich höchstwahrscheinlich das Game wieder runterladen, beziehungsweise es nochmal ausprobieren. Denn diese Leute haben einfach die Möglichkeit, Call of Duty Black Ops 3 kostenlos spielen zu können. Aktivisten und Triage starten dieses Wochenende, dieses Grades-Wochenende, die es einfach mal antesten möchten. Und es kommt noch ein kleiner Schmankel hinzu, Doppel-DXP für alle. Wann das anfängt, ich denke mal heute Abend um 19 Uhr, geht es wahrscheinlich wieder bis Montag, 19 Uhr. Und ja, wer halt Doppel-DXP haben möchte, der sollte einfach mal in die Schlacht ziehen. Und ich bin dabei, mehr oder weniger. Ich denke mal, das ist schon. Also, in diesem Sinne habt ihr euch wohl und viel Spaß beim Dabeln. Ciao, oder?